ja endlich so lagerfeuer hatte ich ein lagerfeuer? ah da war ein lagerfeuer in der bitte egal ich hab jetzt eh mitgeteilt hab ich kein damage bekommen? hat der gesnipet über mir? rusein? Es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Es ist nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Okay. So, das haben wir aufgekehrt. Okay. Ah, das war hier. Oder? Ah, genau. Da vorne war noch Brick. Bald Fokus. Oh, da ist ein Biggie und ein Chest. Äh, ne, hier. Irgendwo muss ein Biggie raus. Hier, Biggie. Schade. Oder Hassan Knast, Digga. Ich glaube es nicht. Der Name ist Programm. Ernst. Ich gehe mal hier Richtung Zoda. Boah, ich dachte ich sterbe jetzt. Wollan Daniel, wenn du wüsstest, wie ich hier die Lobbys rasiere. Ernst, das ist zu krass. Ich bin los. Ich bin los. Ich bin los. Was entspricht. Ah, Ich bin das auch raus. Ist es nicht zu warm, nicht so damn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, Bruder, alter Schwede, der hat mich gefickt, der Bastard, oh, boah, hat er sich gut gesaved, aber. Eine Runde noch, dann Diamond 2, Chad. Digga, ich glaube, dass die Gegner gar nicht so gut sind, aber ich glaube nicht, dass es so schwer ist, überhaupt hochzukommen, weil jeder sowieso am Anfang stirbt, checkt ihr? Mich dreht es, wenn ich zugucke. Wir gehen tilted wieder. Ich fandest du die Woche bei Ficus entspannt, aber es ist sehr, sehr cool, dass sie alles aufgefordert haben für mich. Bis 20 Uhr, weil danach meine Bahn kommt. Musik ... ... ... ... ... Mungolungo? Wir müssen uns hacken. Nice. Gehen wir doch was gut ist, Digga, ja. Ich höre doch nur eine Shotgun. Ich höre doch nicht. Ich höre doch nicht. Ich höre doch nicht. Weil ich keine Shotgun habe, Digga. Ich kann es nicht denken. Digga, ab jetzt sind die Gegner richtig verschwitzt. Kann man eigentlich Minuspunkte machen? Kann man ernst Minuspunkte machen? Ja. Krass. Du hast 3% Minus gemacht. Aber man könnte doch rein theoretisch, wenn man Real Talk, wenn man sich einfach 100 Runden hintereinander hier landet in irgendeiner Ecke oder irgendeinem Busch, so wie ich das damals gemacht habe, dann kann man einfach die ganze Zeit chillen und wird dann Unreal oder nicht? Mach mal zum Test. Ja, das ist ja richtig geil für den Stream, wenn ich da die ganze Zeit hocke. Ab die hat 2 unmöglich. Ich bin mal gespannt. Placement bringt nicht so viel, also eher Kills. Boah, ich bin so gespannt auf den. Ich bin so gespannt auf den Drop, ne? Richtig aufgeregt auch. Ding, ding. Okay, wo gehen wir hin, Chat? Das sind Salty Springs. Das sind Salty Springs. Du kommst mit dem. Hup, da. So, da haben wir dann R. Bitte ne Pump, der ist gar nicht so schwer ist. Seit 10 Runden hab ich keine Pump gekriegt. 17 Uhr kappt, ne? Ich hab kein Mail. Oder zockst du mit mir? Ach nee, zockst du mit Timmy. Aber ich brauch dann auch noch einen Pro. Ich hab Julian.com geschrieben. Nimm Daniel. 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 Schlüssel ist unter der Matte, vom Unten rein, Kellertür ist offen. Nur mit Willi, guck mal wie er lacht, Digga, weil er mit dem Zimmer ist. Du Dreck. Spielt Eli den? Spielt Eli den Cup? Der können wir eigentlich machen, Eli, Eli, ich, du Willi. Wie nö. Er sagt einfach nö, Digga. Der spielt FIFA, oh mein Gott. Im Round Cup ist er eh raus. Och Digga, ja. Ich schwöre, ich würde gerne mit Sully spielen, aber er ist erst um 18.30 Uhr vor dem Kindergarten nach Hause geführt. Mit Jeff? Wer ist Jeff? Leute. Da steht er. Okay Jeff Hardy Max Pro ist gut Warte mal Sydney, kommst du jetzt live in den Ort? Ich mach jetzt nen Tweet Kann ein Fortnite Pro mit mir den... Kap Kap Ich frage mal. Warte mal, was ist mit, was ist, ähm, ja, ich habe jetzt erstmal einen Tweet gemacht. Soll ich mal Fibus fragen? Ob sie Bock hat, aber ich glaube hier PC packt das nicht. Dann ist es zu riskant, ob das nicht funktioniert. Okay, check dir, am Ende hier PC geteilt. Okay. Wer ist, wer ist Max Pro? Ich kenne die nicht. Aber chit-chat, du kannst ja Max Pro. Wo ist Max Pro? Wo ist Max Pro? Wo ist Max Pro? Wo ist Max Pro? Ach, okay. Wird es dich freuen, würden wir jetzt deinen ersten Sieg holen? Nein, nicht unbedingt. Ist ja nichts Neues. Wenn wir jetzt über Kontrolle, ist das kinderlein. Ah, ja. Okay, komm, lass mal die hier holen. Wenn wir die jetzt holen, das sind ja...